Bestürztheit Wenn etwas geschieht, was dich ganz erschüttert, dann bist du in einer Bestürztheit. Angenommen, du hast einen großen Verlust erlitten, dann kannst du bestürzt sein, in Bestürztheit sein. Aber auch tiefe spirituelle Erfahrungen kann dich in Bestürztheit hineinbringen. Oder auch eine Erschütterung deiner Überzeugungen. Bestürztheit kann dir helfen, liebgewonnene Überzeugungen loszuwerden. Bestürztheit kann dir helfen, etwas loszulassen. Bestürztheit hilft, aus alten Gewohnheiten herauszukommen.